Hallo Freunde von Stoff4U, euer Zwirni mal wieder mit den glücklichen Gewinnern des Stoffe-Blogs. Einen 25 Euro Gutschein sichert sich Maria mit dem Wolkendach für das Hochbett ihrer Enkelin. Der technisch ausgefeilte Segelstoff mit schönem Wettermotiv eignet sich wunderbar zum Träumen. Der 50 Euro Gutschein geht an Tanja und ihre kleine Kelly. Das selbst entworfene Hunde-Ritter-Zelt sorgt nicht nur für neidische Blicke auf Mittelalter-Märkten, sondern für viele Abenteuer in Kellys kleiner Hundewelt. Und ein 100 Euro Einkaufsgutschein geht an ein detailverliebtes Cosplay-Outfit von Miriam. Mit verschiedenen Kunstleder-Qualitäten hat sie ein atembraubendes Kostüm geschaffen, das nicht nur Fans der Originalvorlage überzeugen wird. Und jetzt seid ihr dran. Schickt uns Bilder eurer Kreationen aus unseren Stoffen. Jeder veröffentlichte Beitrag wird belohnt. Und ihr erhaltet ebenfalls die Chance auf einen der drei Monatsgewinne. Bis zum nächsten Mal. Euer Zwirni. Bistotiv. 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 Bistotiv.